Du liebst zauberhafte Elfen? Du träumst von majestätischen Drachen? Der Drache! Er hat die Pflanzen geheilt! Und du bist bereit für ein großes magisches Abenteuer! Piu? Was sind das für komische Laute? Entschuldigung, eure Hoheit! Nugur möchte aus seiner Schale heraus! Nein! Wenn das Erste, was ein Drache sieht, nicht seine Eltern sind, dann kann seine Magie schwinden! Basierend auf den beliebten Figuren von Schleich In vier Tagen veranstalten wir ein Drachenfest! Willkommen in der Welt deiner Träume! Sera und Marven bringen Nugur zum Drachengipfel! Willkommen in Bayala! Und wird auch getanzt? Äh, ja? Mit den Stimmen von Josefine Preuß Wir müssen weiter, und zwar jetzt! Und Ross Antony Wenn es klingt, das hattet ihr alles unter Kontrolle! Es ist ein Neuanfang für ganz Bayala! I will find you! Bayala Das magische Elfenabenteuer Lang lebe die Königin der Sonnenelfen! Ab 24. Oktober endlich im Kino! Ich hab im Kino! Untertitelung des ZDF, 2020